ja hallo und herzlich willkommen zu meinem ersten tutorial video für unscape 3 ich möchte euch heute das bierbrauen ans herz legen bierbrauen ist eine sache die fast von selber läuft und trotzdem noch gutes geld einbringt was brauchen wir denn zum bierbrauen bierbrauen wir brauchen ein gefäß wo wir das gebraute bier drin verstauen können ich nehme immer kalkrat fässer dazu man kann auch biergläser nehmen aber in die kalkrat fässer passen vier portionen bier und deswegen vom platzmanagement eigentlich die bessere alternative ja wir brauchen zwei eimer um wasser nachzufüllen wir brauchen zwei töpfe für bierhefe wir brauchen gerstenmalz das könnt ihr aus gerste herstellen die er auf den ofen schmeißt und somit gerstenmalz bekommt dann benutze ich immer das zeugs das zeugs ist eine zutat die bekommt man über das minispiel rumbrennen auf der insel fast harmlos dazu braucht ihr das abenteuer kajüttenkoller und mindestens kochen stufe 40 wird dann mit mindestens sechs spielern die in zwei gruppen aufgeteilt werden gespielt und dort gibt es dann als belohnung achterstücke und über die könnt ihr dann das zeugs erwerben ja das zeugs hebt die chance um premium bier zu behalten was natürlich viel mehr wert ist also immer gucken dass man mal rumbrennen versucht näheres dazu könnt ihr auf unserer clan seite der wiki www.schnupptrupp.org einsehen dort hat dort hat man eine schöne anleitung dazu geschrieben ja was brauchen wir noch wir brauchen natürlich eine zutat für das bier ich habe mich für grünmann weißbär entschieden das lässt sich sehr gut handeln und bringt auch eine ordentliche summe geld ein hierfür brauchen wir nur haleander und zwar wir werden zwei brauereien anschmeißen und somit brauchen wir auch die doppelte menge es heißt pro zwei gerstenmalz ein zeugs und vier haleander in diesem fall ich habe noch ektomarken eingepackt um in pors pasmatis die bierhefe zu kaufen die kosten dort fünf ektomarken pro füllung des topfes und warum soll ich gold ausgeben wenn ich diese ektomarken die kein mensch gebrauchen kann und mass in der bank haben ja dann brauchen wir natürlich noch was zum telen also zum ort zu gelangen dafür habe ich das ektoflächen um nach port pasmatis zu kommen und ich habe noch ein ring des reichtums der uns zur markthalle befördert wo wir dann ziemlich schnell nach keldergrieben kommen dort ist dann die zweite brauerei würde ich sagen legen wir einfach mal los und und begeben uns nach post pasmatis und schwupps sind wir auch schon angekommen laufen dann nach süden durchs tor in die stadt hierzu ist natürlich auch erstmal eine abenteuer erforderlich das müsste ich aber nachschauen ist doch auf unserer wiki gut zu sehen dann gehen wir hier direkt ins erste haus rein in die kneipe und können dann hinter dem bartresen in eine luke rein die können wir per rechtsklick mal öffnen und unten angekommen sind wir schon in der ersten brauerei hier läuft matralius rum ein geist der uns auch bierhefe verkaufen kann und auch alles weitere zum bierbrauen erklärt gut das übernehme ich dann heute mal also angekommen schauen wir erst mal haben wir bier bekommen ja sieht gut aus dieser kessel ist mit grünmann weiß bier premium gefüllt ja das genau wollen wir haben also lassen wir erst mal das bier ab nun können wir unsere kalkart fässer benutzen und an der zapfstelle dann auffüllen so und was haben wir vier grünmann weiß bier jetzt geht es ans braun als erstes brauchen wir wasser hier hinten haben wir einen schönen wasserhahn füllen die zwei einmal auf und geben das wasser in den trog jetzt muss die reihenfolge auf jeden fall beachtet werden also erstmals wasser dann kommt das gerstenmalz hinein nun wenn vorhanden das zeug im anschluss den haleander im anschluss brauchen wir noch bierhefe da hilft uns mit trallius weiter hallo brauchen sie hilfe beim braun ja ich brauche bierhefe mein freund können sie mir bierhefe verkaufen ich verlange fünf ektomarken pro topf bierhefe bitte alle töpfe füllen dafür haben wir zehn ektomarken eingepackt weil wir für die andere brauerei auch noch bierhefe brauchen so als letztes wie gesagt die bierhefe rein und schon untersuchen wir den gärkessel in diesem gessel gärt grünmann weißbier arbeit erledigt nun können wir uns zur zweiten brauerei begeben wir nehmen unseren ring des reichtums reiben ihn und teleportieren uns zur großen markthalle wir laufen dann nach norden und sehen hier in der ecke eine luke damit reisen wir ganz schnell mal nach kellergrin und wiederum im normen sind wir hier auf der mini karte schon die zweite brauerei die ist direkt oberhalb der kneipe gelegen die tür ist mal zu und die treppe hier auf da sind wir schon und was haben wir im gärkessel grünmann weißbier premium da lacht das herz ja dieselbe aktion ablassen achtung nicht das falsche klicken sonst trinkt man einen schluck karkatfass und zapfen jetzt habe ich einen fehler gemacht normalerweise sollte man im post pasmatis seine eimer wieder mit wasser füllen da hier leider kein wasserhahn zur verfügung steht aber keine aktion treppe runter etwas gegen norden gelaufen auf der karte sehen wir schon das wasser symbol dort haben wir einen brunnen einmal benutzen und schon haben wir unser wasser diesen weg kann man sich sparen wenn man seinen kopf zusammen hält und in post pasmatis seine eimer vor abreißen wieder auffüllt so zurück zur kneipe treppe rauf und das wasser in den gärkessel und wieder dieselbe reihenfolge Wasser Gerstenmalz das Zeugs wenn ihr es habt ihr könnt natürlich auch premium bier erhalten ohne das Zeugs allerdings ist mit dem Zeugs die Chance natürlich erheblich höher und zum abschluss die bier hefe dann sind wir fertig ja dann gehen wir mal wieder in die markthalle schreiben wir den ring des reichtums ab zur markthalle und können dann mal einen preischeck machen mal schauen mal ein Fass 280.000 so und dann haben wir schon mit den vier Fässern 1.122.000 Gewinn für reichlich wenig Arbeit naja das brauen dauert halt auch seine Zeit also es ist nicht in fünf minuten fertig es kann manchmal zwei bis auch vier tage dauern bis das bier fertig ist ja dann muss man halt glück haben dass man premium hat ich kann euch noch zeigen ich weiß es jetzt leider nicht auswendig ich habe glaube ich noch normales ne kann ich euch nicht zeigen weil meine bank noch abgeschlossen ist es liegt so um die 6.000 6.000 Chips das normale Weißbier ok das war es erstmal ich hoffe euch hat es gefallen bis zum nächsten mal 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 bis zum nächsten Mal